Ein wenig durchblickgefällig? Bei Augenblickoptik und Goldschmiede Hans Staubach erwarten Sie elegante modische Brillen sowie innovativer, zeitloser Schmuck von ausgewählten Designern. Im Jahr 2002 übernahmen Petra Staubach Triller und Ehemann Peter Triller das Geschäft und erweiterten die Schmuckkollektion um Brillen und Kontaktlinsen. Seit über 60 Jahren stehen wir für hochwertigen Schmuck und ausgefallene Brillen. Im Vordergrund steht Qualität, Individualität und unser Service. Großen Wert legen wir auf innovative Gestaltung. Deshalb führen wir in unserem Sortiment Stücke der Schmuckmanufaktur Niesing. Niesing-Schmuck ist pure Form, auf das Wesentliche reduziert. Ein Design, das Emotionen ausdrückt, das zum Träumen und Nachdenken anregt. In unserer Brillenkollektion finden Sie außergewöhnliche Brillen und Sonnenbrillen für selbstbewusste Männer und Frauen, die ihren Stil mit ruhiger Eleganz und Authentizität vermitteln möchten. Aus diesem Grund versuchen wir immer neue Hersteller, kleinere Hersteller zu finden, die individuelle Sachen machen, trotzdem trennlich sind, auch nicht so häufig vertreten sind. Dafür fahren wir auf Messen nach Mailand, Paris, München, was für uns die Hauptmessen sind. Individuelles Eingehen auf Kundenwünsche und persönliche Beratung sind uns sehr wichtig. Anfertigungen und Reparaturen werden fachgerecht in den Werkstätten unseres Hauses durchgeführt. Überzeugen Sie sich selbst bei Augenblickoptik und Goldschmiede Hans Staubach in der Wetzlarer Altstadt, Sielhöferstraße 7. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020